Lukas, zum Abschluss des Jahres, eine ungeplante englische Woche, Gott sei Dank mit einem Auswärtssieg. In der Mitte der Woche, wie wichtig war das jetzt, nicht nur für dich persönlich beim Ex-Club, sondern für euch als Mannschaft? Ich glaube, extrem wichtig. Wir haben die drei Punkte gegen Blau-Weiß jetzt bestätigt, wie ich es vor dem Spiel auch schon gesagt habe, dass die drei Punkte von Blau-Weiß werden wenig bringen, wenn wir es nicht bestätigen. Und zum Glück ist uns das jetzt gelungen, auch mit den ganzen Reisestrapazen, die wir gehabt haben, war nicht so einfach. Aber ich glaube, dass wir das trotzdem gut gemeistert haben und verdient auch dort gewonnen haben. Wie geht es dir jetzt auch danach damit um? Gefühlt, ich habe jetzt nicht mitgestoppt, aber ihr wart jetzt ca. zwischen 25 und 30 Stunden eigentlich, insgesamt fünf Tage im Bus. Muss man dann auch körperlich was dafür machen, dass das wieder rauskommt? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass man einfach die Regeneration jetzt im Vordergrund stellen muss, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz werden wir sich auch auf Salzburg vorbereiten, mit Videoanalysen. Trotzdem auch das ein oder andere gute Training noch absolvieren und dann sind wir, glaube ich, bereit für Salzburg. Jetzt wissen wir alle Salzburg in den letzten Jahren, vielen Jahren, das Nonplusultra in der sportlich gesehen in der österreichischen Liga. Wie sind so deine Berührungspunkte mit Salzburg? Hast du da auch ein paar Erfolgserlebnisse zumindest gehabt? Ja, jetzt, wenn ich es in der Vergangenheit ein bisschen beobachten tue, schwächeln es schon auch jetzt in der Liga um Probleme und wir spielen daheim und wollen ganz klar von der ersten Minute auch unsere Fans im Boot mitnehmen und da dann auch drei Punkte einfahren. Apropos Fans, die gestern noch einmal angefahren sind, das ist dann doch nur ein bisschen eine Motivationsspritze für euch, glaube ich, auch gewesen, weil die waren ja schon am Weg, die haben, glaube ich, umgedreht am Samstag und dann am Wochentag. Trotzdem zumindest Heimspieler-Posphäre. Ja, auf jeden Fall. Also man muss schon ganz klar auch Danke sagen, wie viele Fans auch auswärts immer mitfahren. Vor allem noch solche, sage ich, ja, nicht leichten Bedingungen, auch für die Fans, für uns alle irgendwo. Trotzdem auch ein Riesentank und ich hoffe, dass jetzt auch zahlreich gegen Salzburg ins Stadion kommen. Sind wir sicher. Vielen Dank, nur verletzungsfrei, gute Vorbereitung und auf einen erfolgreichen Jahresabschluss. Danke. Ja, am Samstag steht das letzte Spiel in diesem Kalender ja auf dem Programm. Gegner Salzburg, Tabellenführer und leider in letzter Zeit keine sehr gute Bilanz von unserer Seite. Was kannst du den Fans Hoffnung geben, dass es diesmal anders ausschaut? Ja, es ist natürlich ein extrem cooles Spiel zum Abschluss dieses Jahres. Ich glaube, wir haben eine sehr positive Bilanz aus den letzten zwei Spielen, haben wir sechs Punkte gemacht. Ich glaube, wir müssen diesen Schwung einfach mitnehmen und ich glaube, dann zu Hause gegen Salzburg ist alles möglich. Ich glaube, wir haben schon in den letzten Spielen gezeigt, dass wir sehr nah dran waren, haben auch schon unentschieden geholt, aber jetzt wäre es endlich mal Zeit, drei Punkte einzufahren. Aber dafür braucht es einfach eine enorm gute Teamleistung und ich hoffe, dass es gelingt uns. Du hast dein allererstes Flichtspieldorfer Rapid gegen Salzburg geschossen, allerdings auswärts, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen ein spezieller Gegner für dich? Ja, war natürlich ein sehr schöner Moment damals. Jetzt trotzdem, ich glaube Salzburg ist für jeden in unserer Mannschaft ein besonderer Gegner und ich glaube, jeder ist dann noch mal besonders motiviert, weil wir jetzt endlich mal gewinnen wollen gegen sie und deshalb extra Motivation brauche ich da eigentlich nicht. Das habe ich mir gedacht. Salzburg ist auch noch in der Champions League mit dabei, haben drei Tage nach dem Duell bei uns in Hütteldorf ihr letztes Spiel, ein wichtiges Spiel gegen Benfica. Kann das ein gewisser Vorteil für Rapid sein oder sind die gegen uns immer so extrem motiviert, dass das egal ist, wenn sie drei Tage später spielen? Nein, ich denke, wie du gerade angesprochen hast, dass das auch für Salzburg gegen Rapid immer ein sehr, sehr wichtiges und besonderes Spiel ist. Ich glaube, Salzburg kommt immer mit einer enormen extra Motivation nach Hütteldorf und wollen auf keinen Fall hier Punkte liegen lassen. Deshalb denke ich jetzt nicht, dass sie großartig rotieren werden. Ich glaube, für sie ist dieses Spiel genauso wichtig und natürlich könnte es ein Vorteil sein, aber die Doppelbelastung ist ja erst danach, also vielleicht dann erst in der Champions League ein Vorteil für den Gegner. Spezielle Belastung habt ihr ihr Spieler jetzt gehabt mit diesem Absage-Rückreise noch einmal Anreise. Was macht man da als Spieler? Das hört sich jetzt blöd an, wenn man nur im Bus sitzt, aber ich glaube, das ist ja nicht ganz ideal für die Vorbereitung. Ihr wart jetzt an vier Tagen, wahrscheinlich zwischen 25 und 30 Stunden auf Busreise. Ja, es ist natürlich nicht ideal. Wir haben extrem viel Zeit im Bus verbracht, aber dafür war es für uns umso wichtiger, dass wir dann die drei Punkte mitnehmen. Jetzt viermal hin und retour fahren, also zweimal hin und retour fahren und dann ohne drei Punkte nach Hause zu kommen, wäre für uns extrem bitter gewesen. Deshalb haben wir uns extrem gefreut über die drei Punkte und dann die Rückfahrt gemeinsam im Bus umso schöner. Dann hoffen wir, dass auch das letzte Auftreten in dem Jahr erfreulich wird für euch, für die Fans und wird sicher ein sehr stimmungsvolles Spiel am Samstag ab 14.30 gegen Salzburg. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich auf ein hoffentlich volles Stadion und hoffentlich schaffen wir es gemeinsam. Danke vielmals. Danke.